Wir sehen keine leeren Räume. Wir sehen unsere Konzepte Realität werden. Kreativer Output, den wir endlich umsetzen dürfen, um unsere Kunden und deren Gäste zu begeistern. Wir starten in jedem Anlass unserer Kunden mit einer Vision, mit Bildern im Kopf, mit Vorfreude. Welche Eckpunkte hat unser Kunde im Kopf? Was ist ihm wichtig? Wir bauen ein nachhaltiges Kreativkonzept auf seinem Fundament auf. Wir sehen zuerst die Spitze des Eisbergs. Unser Ziel, das wir durchgehend vor Augen haben. Den gefühlten Moment für unsere Gäste. Das Event. Wir bringen über 15 Jahre Erfahrung und routinierte Prozesse ein. Und dennoch ist jedes Projekt anders und muss neu gedacht werden. Der Weg dahin ist lang und aufregend. Voller wichtiger Milestones. Er schweißt uns mit unseren Kunden zusammen. Genau das ist unsere Motivation. Immer neue Herausforderungen, Ideen und Kreativprozesse. Absoluter Hingabe für unsere Projekte. Wir sind klar und wertvoll. Herr Hingabe für unsere Projekte. gay Untertitelung des ZDF, 2020